Diese Hitze! Man könnte Spiegeleier auf dem Bürgersteig braten. Mich kriegt jedenfalls keiner hier vom Pool weg. Wie schön, dass Rick heute was anderes vorhat. Wieso? Was macht er denn? Er läuft einen Skateboard-Marathon und sammelt damit Spenden für das Schildkröten-Rettungszentrum. Cool. Die Aktion ist vielleicht cool, aber es ist brütend heiß. Hoffentlich geht's ihm gut. Rick? Hey, Polly. Alles gut bei dir? Ist es nicht ein bisschen heiß da draußen? Nein, alles cool hier. Ich meine heiß. Oh nein, ich spüre die Wärme. Hat er einen Herzschlag? Nein, ihm geht's gut. Er redet doch immer so. Und muss das wirklich heute sein? Ich darf nicht aufgeben. Die Schildkröten rauchen mich. Hi, Rick. Wir sind hier im Pool. Und schlürfen Limonade. Was soll das? Ich sagte die gerade. Limonade? Ich habe Limonade gehört. Rick braucht unsere Hilfe. Unser heutiges Abenteuer? Abkühlung für Rick. Wer macht mit? Ich. Und ich? Bleibe schön im Pool. Bleib auch im Pool. Das wird absolut klappen. Was zu trinken, schnell. Wenn man Rick nicht zur Limonade bringt, muss man eben die Limonade zu Rick bringen. Vorsicht, Dusche! Polly, ich trinke meine Limo lieber ohne Chlorwasser. Ja, aber habt ihr meinen Sprung gesehen? Haben wir, Polly. Welchen Teil fandet ihr am besten? Am besten fand ich, als du unter Wasser warst. Wie ich die Schraube hingekriegt habe und dann elegant eingetaucht bin. Das war doch echt cool, oder? Polly hat einfach zu viel Energie. Sie ist nicht zu stoppen. Alles kann man stoppen. Oh ja, ich weiß. Wir stoppen sie, indem wir sie herumscheuchen. Das könnte echt klappen. Wenn wir sie von Sprung zu Sprung jagen, wird sie bestimmt bald müde sein. Hey, Polly. Wäre toll, wenn du diesen irren Sprung gleich nochmal machen würdest. Aber schneller, wenn's geht. Super, ich liebe Publikum. Passt auf. Super, Platscher! Yeeha! Und? Sorry, ich war abgelenkt. Wie? Ihr habt gar nichts gesehen? Nein, machst du's nochmal? Oh, was läuft! Auf? Passt, passt, passt. Mal, bitte. Juhu! Entschuldigung! Yeeha! Oh, wow! Blitsch, Platsch, wie auch immer. Ich glaub, ich brauch ne Pause. Herrlich, diese Ruhe. Ich bin voll wieder da. So ein Nickerchen wirkt Wunder. Und passt diesmal bitte besser auf. Sie ist echt ein absolutes Sportlerst, unsere Polly. Die Kürbisse sind schön reif. Jetzt kann Auflauf gebacken werden. Hier sind 21 Formen. Oh, es sind ja nur 20. Dann muss ich nochmal los und eine Form kaufen. Und wer passt so lange auf die Kürbisse auf? Das heutige Abenteuer? Das Beet bewachen. Gut, aber du musst super, super gut aufpassen. Keine Angst, dein Beet ist bei mir sicher. Du wirst hier keinem Kürbis mehr stehen. Es ist nur noch ein einziger Kürbis da. Kirsti kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ich hab die Lösung. Wir pflanzen welche. Dünger lässt sie ganz schnell wachsen. Den hier kriegst du nicht. Haha, wer zuletzt lacht? Du hast gewonnen. Polly! Christy, ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Ist mir absolut schleierhaft. Ach, ach, ach. Wow, ich dachte, Polly hätte nur ein Picknick geplant. Und was gibt's heute? Hot Dogs, Maiskolben und Eiscreme. Also, die finde ich aber nicht außergewöhnlich. Probiert sie erst mal. Super lecker. Ich bin begeistert. Wie hast du die hingekriegt? Ich habe sie in einem aktiven Vulkan gegrillt. Ja, das ist mir wieder eine von Polly's Witzen. Es stimmt wirklich. Der Geschmack stammt von der Vulkanasche direkt vor dem Ausbruch. Alles, was man braucht, ist ein feuerfester Gleitschirm, ein Spezialspieß, perfektes Timing und tadaa! Das leckerste Hot Dog der Welt. Ich bitte dich. Ich teile deine Zweifel, aber gib mir erst mal einen Maiskolben. Mais aus dem Wolkennebel erwächst nur auf extrem hohen Bergen. Adler haben die Saatkörner verstreut und die Feuchtigkeit stammt direkt aus den Polly Pockets. So etwas gibt es niemals. Doch, es stimmt. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Sie ist wahr. Und wartet, bis ihr hört, was mit dieser Eiscreme ist. Ich nenne sie bitte Anstallencreme. Hergestellt in einem Flugzeug bei offenem Fenster. Das glaub ich niemals. Wir wollten die Wahrheit und kein Polly-Märchen. Tolle Geschichte, aber unheimlich. Na gut, ich hab sie im Laden gekauft. Oh, endlich. Wo soll der Rest von dem bitter anschnallenden Eis hin? Meine Freunde sind leider schon satt. Aber es muss gut gekühlt werden. Wie wäre es mit dem Sip? Entschuldigung. Oh, was soll denn da? Hi, ich bin Polly. Meine Freundin und ich wollten heute im Pollyville Vergnügungspark einen entspannten Tag verbringen. Hey, pass doch auf! Aber natürlich kam es nicht dazu und das lag an einem kleinen... Er ist da unten, am Strand. Ich hab ihn gerade am anderen Ende der Promenade gesehen. Wartet, da ist er! Da ist das Hühnchen. Ich weiß, bestimmt seid ihr jetzt etwas verwirrt. Genau wie ich. Und so hat alles angefangen. Lasst uns mit dem Riesenrad fahren. Aber erst nach der Achterbahn. Aber vergiss nicht, du hast versprochen, dass wir Zeit hätten, unten am Strand seltene Muscheln zu suchen. Ach, wie süß. Ein Welpe. Ja, aber was sucht er hier im Vergnügungspark? Und so ganz allein. Hm, ist nur eine Theorie, aber am logischsten scheint mir, dass er entlaufen ist. Ich würde sagen, das ist mehr als nur eine Theorie, Shani. Sieh nur, er ist entlaufen. Ach du Schreck, wir müssen ihm helfen, wieder nach Hause zu kommen. Mal sehen, ob er zutraulich ist. Sieht so aus. Der Kleine will spielen. Ja, scheint will er mit uns verstecken spielen. Schau mal, wie du aussiehst. Schau dich mal an. Ihr beiden solltet lieber nach dem Hündchen Ausschau halten. Da ist es. Nein, Lea. Es ist da. Nein, Chrissy, es ist da drüben. Man könnte fast denken, es gäbe mehr als ein Hündchen hier drin. Das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung durch die vielen Spiegel. Aber wie werden wir es hier drinnen dann bloß finden? Nicht mehr nötig. Weil der Kleine längst nicht mehr hier drin ist. Kommt mit. Da ist es. So, jetzt haben wir dich. Moment, wo ist es denn jetzt hin? Da. Wie macht er das, Noah? Großes Fragezeichen. Nach meiner Kenntnis ist kein Säugetier zu so etwas in der Lage. Seht doch. Aber, aber, wie ist es so schnell ganz darüber gekommen? Wie auch immer. Schnapp ihn dir. Oh nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann es dir sagen. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Oh nein, wie kriegen wir es nur von da oben wieder runter? Ich weiß wie. Los, kommt. Von der höchsten Stelle des Riesenrads aus können wir das Hündchen gut erreichen. Ich glaube es nicht. Jetzt ist es auf der Promenade da drüben. Wie ist es so schnell dorthin gekommen? Moment, seht nur. Oh, und jetzt ist es schon wieder dort oben. Kommt mit. Wartet. Wir laufen hier wie aufgescheuchte Hühner herum und erreichen rein gar nichts. Um den Hund einzufangen, brauchen wir eine Strategie. Lea, du bist unsere Expertin für Haustiere. Hast du eine Idee? Äh, ja. Ich hab eine. Ich weiß, wie wir das Hündchen schnappen. Statt hinter ihm herzurennen, locken wir es einfach her. Mit diesem Leckerli. Hey, Böschchen. Komm schön runter. Machst du Popcorn? Es ist lecker. Hallo, Herr Otter. Nanu? Das Popcorn ist weg. Eine tolle Strategie. Los, weiter. Er läuft da unten, am Strand. Ich hab ihn gerade auf der anderen Seite der Promenade gesehen. Wartet, da ist es. Da ist das Hündchen. So, und jetzt wisst ihr alles, was ich auch weiß. Und das ist nicht viel. Die ganze Sache ist ziemlich unheimlich. Es ist fast so, als könnte dieser Hund am Zweiocken gleichzeitig sein. Aber das ist doch unmöglich, oder? Okay. 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 Ups. Tut mir leid, wegen des Lärms. Es hat die Farbe verschüttet. Hey, ich sagte doch, es tut mir leid. Nein, nein, nein. Es ist toll, dass die Farbe verschüttet ist, weil das Hündchen hindurchgetappt ist. Jetzt brauchen wir nur, seiner Spur zu folgen. Deine Pfotenabdrücke führen direkt zum Strand. Er hat die Promenade dort unterquert. Ja, und dann ist er dort wieder rausgekommen. Kommt, behaltet die Spur fest im Auge. Wenn wir immer den Abdrücken folgen, hat er keine Chance, uns wieder abzuschütteln. Äh, vielleicht schon. Ach du meine Güte. Es läuft hier nur ab. Ich habe keinen Schimmer. Nur eins weiß ich sicher. Wir werden das Hündchen finden. Wir müssen uns nur aufteilen und allen Spuren folgen. Chrissy? Polly, ich sehe das Hündchen. Es ist wieder auf der Promenade, in der Nähe der Spiele. Ich bin gleich da. Lea, ich bin unterwegs zu Chrissy. Sie hat das Hündchen gleich. Chrissy? Aber das Hündchen ist hier. Es läuft am Strand vor mir her. Ach ja? Ist das so? Okay, warte. Ich bin sofort bei dir. Leila, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. So beschäftigt, um das Hündchen zu fangen? Es sitzt hier, an der Achterbahn. Aber wie kann es? Lass nur, ich komme zu dir. Polly, komm zum Riesenrad. Und zwar schnell. Das Hündchen ist hier. Aber schau, Leila hat es an der Achterbahn gesehen. Hä? Keine Ahnung, warum Leila so etwas sagt, aber ich habe es hier direkt vor meiner Nase. Siehst du? Ohne jeden Zweifel. Gut gemacht, Johnny. Lea, Leila, Chrissy, kommt schnell her zu uns. Äh, ja, würde ich ja, aber das Hündchen sitzt hier direkt vor mir. Du meine Güte, das kann irgendwie nicht sein, denn ich sehe es hier direkt vor mir. Ich glaube, ihr braucht Allah eine Brille. Aber erst nachdem ihr mir hier geholfen habt, das Hündchen zu fangen. Es ist direkt vor mir. Aber wie kann das sein? Wir beide sehen es doch hier. Die Logik besagt, dass sich die anderen irren müssen. Gut möglich, dass sie durch das lange Herumlaufen in der Sonne einen leichten Sonnenstich bekommen haben. Und das kann zu Halluzinationen führen. Hä? Polly? Es ist absolut unmöglich, dass Chrissy, Lea und Leila alle gleichzeitig das Hündchen sehen. Weil Shawnee und ich es doch auch vor der Nase hatten. Aber ich vertraue allen meinen Freunden viel zu sehr, um Zweifel an ihnen zu haben, selbst wenn sie Sachen sagen, die unmöglich sind. Also vergesse ich einfach mal, was unmöglich ist und was nicht und betrachte die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Und von hier oben habe ich wirklich den Überblick. Ich sehe den ganzen Vergnügungspark, den Strand und... Oh? Ein, zwei, drei, vier Hündchen. Ha! Kein Wunder, dass ein Hündchen an zwei Orten gleichzeitig aufgetaucht ist. Na ja, jetzt wird uns kein einziges von ihnen mehr entwischen. Okay, Leila, ich sehe dich und das Hündchen vor dir aus der Luft. Wenn du nach links gehst, schneidest du ihm den Weg ab und erwischt es vor dem Pier. Polly, mit deinen Anweisungen hatte das Hündchen keine Chance. Das hat toll geklappt. Und wie das geklappt hat. So gut, dass wir alle ein Hündchen gefangen haben. Aber wieso? Wie kommt es, dass es plötzlich so viele Hündchen sind? Weil es von Anfang an so viele waren. Da, bitte. Die Hündchen. Wartet einen Moment. Meine Mami hat eine Belohnung für euch. Oh, die Hündchen sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Huch, ihr habt die Hündchen gefunden. Ich glaub's einfach nicht. Wer seid ihr denn? Die Hündchen, sie sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Äh, kann mir jemand erklären, was hier läuft? Ach du meine Güte. Ihr habt die Hündchen meiner Mädchen gefunden. Aha. Vier gleichaussehende Hündchen für vier gleichaussehende Vierlinge. Habt vielen, vielen Dank. Ich hole euch eure Belohnung. Oh, nicht nötig. Die Hündchen sind wieder zu Hause. Das ist für uns die schönste Belohnung. Und außerdem haben wir ja noch einen ganzen Tag im Vergnügungspark vor uns. Naja, einfach war es nicht. Aber Ende gut alles. Äh, Polly? Oh, das Ganze noch mal von vorn. Das glaubt ihr mir nie. Lady Synchrony. Sie hat einen Live-Auftritt heute. Und wo soll das Konzert sein? Das könnte irgendwo auf der Welt sein. Es wäre sogar möglich, dass sie im Garten hinterm Haus auftritt. In ihrem letzten Block trug sie einen Hut, der aussah wie der... Eiffelturm. Das war ein Hinweis. Wir müssen ganz schnell nach Paris. Chrissy. Lila! Hast du ihr Interview neulich gesehen? Da standen viele Palmen im Hintergrund. Das war eindeutig. Hawaii? Worauf warten wir noch? Ich glaube, ihr... Polly, tut mir leid, aber du weißt einfach nicht so viel über Lady Synchrony wie wir. Ich glaube, sie hat so etwas gesungen wie Sushi, Sushi, Sushi. Echte Superfans fliegen nach Japan. Hey, warte mal! Polly? Was? Ich kann dich nicht hören. Ich melde mich später vom Konzert. Hey, das ist mit Rami! Polly, angeblich weiß sie, wo das Konzert wirklich stattfindet. Hältst du das für möglich? Polly, wir werden dir ein Video vom Konzert schicken. Und zwar aus Tokio. Polly, keine Zeit zum Chatten. Ach ja, Aloha heißt auch bis bald. Also, Aloha! Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ich bin total enttäuscht. Kein Konzert. Hier läuft nichts. Hier gibt's nur etwas glühende Holzkohle und... Hey, auf mich wolltet ihr nicht hören. Dann hört wenigstens das hier. Lady Synchrony. Lady Synchrony ist fantastisch. Sushi, Sushi, Sushi. Ich liebe diese Ausflüge in die Natur. Oh wow, seht ihr die Felsen da drüben? Hallo? Alle noch da? Ist das Brülle, Chrissy? Spannend. Ach, keiner interessiert sich für diese tolle Landschaft. Das heutige Abendfeuer ist deshalb ein richtiges Abenteuer erleben. Minnie, Rick, was treibst du denn hier draußen? Hast du dich verirrt? Äh, das hier ist ein Park. Wie soll man sich da verirren? Oh nein! Ich hab mich verfahren! Das ist doch unmöglich! Wir sind doch direkt bald... Verfahren? Und was machen wir jetzt? Am besten immer geradeaus. Vielleicht finden wir ja den Picknickplatz. Ich solche Momente liebe. Aber, wisst ihr, hier haben sich neulich Leute verirrt. Die kamen nie zum Abendessen nach Hause. Nie! Ich glaub, davon hab ich gehört. Wie geht's, Rinder? Wenn ich mich schon verirre, möchte ich wenigstens gut aussehen, oder etwa nicht? Leila, wie viel Lipgloss haben wir dabei? Nur einen Stift. Er könnte unser letzter sein. Was? Was meinst du, wie lange wir mit einem Stift auskommen? Das ist eine echte Lipgloss-Kargödie. Hey, Rick! Hast du die Orientierung verloren? Ich? Nein, aber die anderen. Ich interessier mich nur fürs Abenteuer. Der Akku von meinem Handy ist fast leer. Mal, wie kann man irgendwie in Händen sparen? Nein, geht nicht. Also, was meinst du, wann werden die merken, dass ich hier im Park immer nur im Kreis gefahren bin? Wollen wir's verraten? Nee. Unser heutiges Abenteuer, wir umrunden die Welt in 80 Minuten. Autopilot, bitte übernehmen. Ich finde, wir sollten aussteigen, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät. Wir überqueren soeben die Startlinie. Großartig. Kirstie, nimm die Zeit. Haltet euch fest. Ist das... Gefährlich? Nein, der Autopilot ist auf Unwetter eingestellt und versucht nur, den Blitzen auszuweichen. Cool. Volli, so schaffen wir die Umrundung niemals in 80 Minuten. Wir müssen den Autopiloten umschalten. Ich glaube, ich treffe den richtigen Knopf von hier. Zieht mit euren Schuhen. Eins, zwei, drei. Was? Na gut. Volltreffer leider. Das holen wir noch auf. Wir schaffen unsere Umrundung in 80 Minuten. Treibstofftanks fast leer. Bitte anschnallen. Wir landen gleich. Der Nordpol. Ja, echt cool hier. Aber wir hätten es schaffen können. Der Schalter und dann der Sturzflug und... Polly, bleib stehen. Du hast gerade den Nordpol umkreist und damit hast du im Prinzip die Erde umrundet in 80 Sekunden. Unser heutiges Abenteuer wird lauf um die Erde. Ja. Zwei, vier, sechs, acht. Ja. Kirstie, es klappt. Wir werden ganz vorne sitzen. Ich habe noch nie ganz vorne gesessen. Toll. Super. Aufregend. Das ewige Warten hat sich voll gelohnt. Das wird der absolut beste Tag. Hey, nichts für ungut. Hey, hallo. Hier hat sich einer vorgedrängelt. Hier, hallo. Können Sie uns bitte helfen? Zwei, vier, sechs. Nein. Der Typ sitzt vor uns. Auf beiden Plätzen. Ach, macht nichts. Ist doch nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig. Ganz vorne zu sitzen ist das Größte. Entschuldigung. Wow. Äh, weißt du, meine Freundin und ich, wir hatten uns so darauf gefreut, ganz vorne zu sitzen. Oh nein. Wirklich großartig. Eigentlich meinst du das Gegenteil, oder? Ich habe eine blendende Idee. Äh, darf ich? Was denn? Ich möchte diesem Flegel eine Lektion erteilen. So, das müsste ran. Nächstes Jahr bist du bestimmt groß genug für die Achterbahn. Also, gestern stand es da noch nicht. Willkommen in Polly's Playhouse. Es ist genug Platz für alle. Und ihr kommt gerade richtig zum Renovieren. Das heutige Abenteuer? Für den eigenen Spaß arbeiten. Das hier ist groß genug zum Basketball spielen. Machst du Witze? Das hier schreit nach Disco. Kurier dein Disco-Fieber woanders aus. Das hier ist perfekt als Loft oder Atelier. Endlich genug Platz für meine Experimente. Von wegen, auf meinem Es zerstinkt und kracht gar nichts. Und wie wäre es mit einem Tier-Asyl? Und ich dachte, hier wäre genug Platz für alle. Nein! Wenn man den Raum nur irgendwie vergrößern könnte. Da kommt mir eine verrückte Idee. Ich muss nur schnell etwas bestellen. Das soll uns helfen? Jetzt ist bestimmt genug Platz für alle. Lecker! Ab jetzt werfe ich die Körbe einfach von unten. Oh! Vielleicht sollte ich doch anbauen. Oh! Ja! Habe ich! Oh! Gefangen! Oh! Keine Angst, Polly! Ich komme! Oh! Okay, gib mir die Kekse! Puh, das war knapp. Fast hätte es die Kekse erwischt. Ich bring sie lieber schnell ins Haus. Hier kommt die nächste Ladung, Polly! Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum ich hier fliegende Kekse fange. Ich sage euch, es gibt einen guten Grund dafür. Und alles für einen guten Zweck. Oh, wann ist Polly denn endlich mit ihren Keksen fertig? Wenn mich mein hundertprozentiger Geruchssinn nicht täuscht, ist es gleich soweit. Drei, zwei, eins. Wer möchte einen Keks? Hey! Gut. Hier ist eine für dich, für dich, für dich und für dich. Deine Haferflockenkekse sind reine Kunstwerke, Polly. Sie hat recht. Er scheint deine Kekse nicht zu mögen, Polly. Aber er ist der einzige. Oh, die sind so absolut wunderbar. Absolut schrecklich. Lea? Was ist passiert? Es geht um den Pollyville Park. Ich weiß, es läuft schon seit einiger Zeit eine Spendenaktion, damit eine Schaukel für den Kinderspielplatz gekauft werden kann. Ja, aber es ist einfach nicht genug Geld zusammengekommen. Und heute Abend läuft die Frest ab. Das heißt, es wird nichts mit der Schaukel? Wie schrecklich. Ich möchte irgendwie helfen, solange noch Zeit ist. Aber ich habe einfach keine Idee, wie man das Geld so schnell zusammenbekommt. Hier ist ein Keks. Das hebt die Stimmung. Ich glaube, das schafft kein Keks. Hey, der ist wirklich lecker. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Na klar. Ja, dass Rubidium ein alkalisches Metall ist? Ich habe keinen Schimmer, aber das zählt als Ja. Ich brauche noch eine kleine Aufmunterung. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr von deinen Keksen backen, Polly? Mit Sicherheit, aber nicht für dich. Denn wir werden sie verkaufen und sammeln damit das Geld für den Park. Du bist die Beste, Polly. Aber du musst dich beeilen. Die im Park brauchen das Geld spätestens heute Abend. Rein rechnerisch ist es ganz einfach. Wenn wir viel Geld sammeln wollen, Polly, musst du viele Kekse backen. Aber ich habe nie mehr als zehn, zwölf Stück auf einmal gebacken. Ich werde Hilfe brauchen. Ich könnte schnell meine Helfer-Robotine holen. Nein, danke, Shawnee. Deine Robotine ist eine unglaubliche Maschine, aber ich backe ausschließlich in Handarbeit. Und wenn ihr alle mit anpackt, können wir in kürzester Zeit jede Menge Kekse backen. Da gibt es nur ein Problem, Polly. Naja, niemand von uns weiß, wie deine Kekse gebacken werden. Dann nutzen wir, was ihr schon wisst. Shawnee, du weißt mehr über wissenschaftliche Dosierungen als sonst jemand hier. Völlig korrekt. Also wirst du die Zutaten abmessen. Chrissy, du bist die beste Künstlerin in der Stadt. Deine Aufgabe ist, die Kekse zu verzieren. Wird gemacht. Was ist mit mir? Es gibt doch bestimmt eine wichtige Aufgabe, die jemand mit meiner Klasse und meinem guten Geschmack übernehmen kann. Ja, mit deinen außergewöhnlichen Qualitäten wirst du unsere Geschmacksexpertin. Also Leute, fangen wir an. Mh, lecker. Voila, die Kekse. Was duftet hier so? Riechst du das aus? Oh, die sind doch. Das duftet. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Die sind ausverkauft. Eine tolle Nachricht. Und hier die schlechte. Das Geld reicht leider nicht für die Kinderschaukel. Und hier noch eine schlechte Nachricht. Seht nur. Wir sind ausverkauft. Und jeder, der Kekse gekauft hat, möchte noch mehr. Und anscheinend haben viele ihre Freunde mitgebracht. Warum sollen das denn schlechte Nachrichten sein? Bei so vielen Kunden könnten wir noch tausende von Keksen verkaufen. Ja, und dann bekämen wir genug Geld, damit die Kinder ihre Schaukel bekommen. Oh, meinst du, das können wir wirklich schaffen, Polly? Ich weiß, dass wir es können. Lea, du bleibst hier. Und sorge mit allen Mitteln dafür, dass die Kunden bleiben. Wir anderen kaufen mehr Zutaten, backen viele Kekse und sind so schnell wie können wieder da. Wir haben bereits alle Vorräte bei mir zu Hause aufgebraucht. Deshalb habe ich eine Einkaufsliste gemacht. Okay, dann schnappen wir uns mal das ganze Mehl, das es hier gibt. Äh, welches Mehl denn? Oh nein, es ist ausverkauft. Hier gibt's fast gar nichts. Wenn mich meine hundertprozentige Beobachtungsgabe nicht täuscht, fehlt in diesem Laden all das, was wir brauchen. Jetzt nur keine Pan. Aber die Zeit rennt uns davon. Gut, dann teilen wir uns auf. Geht in jeden Laden den Pollyville, der euch einfällt. Irgendwie kriegen wir die Zutaten schon zusammen. Geht in jeden Laden. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe mit dem Hund wohl lieber wieder nach Hause. Oh nein, bitte nicht weggehen. Ich habe noch ein Lied für Sie. Äh, ähm, äh. Old MacDonald hat ein Haus. Oh, warum singt Sie jetzt ein Lied? Da schaut ein Hund zum Fenster raus. Ich habe nur das hier gefunden. Wir haben nicht genug Zutaten. Was machen wir denn nun? Was können wir denn machen? Kein Mensch kann daraus genügend Kekse backen. Absolut richtig. Das kann wirklich kein Mensch. Und deshalb habe ich Shawnee gebeten, etwas von zu Hause zu holen. Meine Helfer-Robotine. Ich habe mir erlaubt, die internen Schaltkreise der Robotine so zu verändern, dass sie jede organische Substanz in die gewünschten Zutaten transformieren kann. Sie kann jedes Lebensmittel in Zutaten verwandeln, die wir für unsere Kekse brauchen. Wer damit? Ihr habt's gehört. Schnappt euch alles, was geht. Let's go! Take a look around your ordinary world Shake it up with this extraordinary girl She's here to change your ordinary view To make it exciting and new To make it exciting and new Let's go! Let's go, Pauline! Till you see, Pauline! Let's go, let's go, Pauline! Hab ihn! So, und damit wären wir wieder am Beginn unserer Geschichte. Ich muss schon sagen, diese Robotine produziert Kekse wirklich wie am Fließband. Warum haben wir sie nur nicht eher eingesetzt? Oh, der schmeckt ja schrecklich! Lass mich das beurteilen. Schließlich bin ich, du Geschmackstesterin hier. Du meine Güte! Wir sind ja ekelhaft. Wir müssen von vorn anfangen. Unmöglich! Polly hat nicht mal mehr einen Tropfen Senf oder Ketchup. Es gibt keinen Nachschub mehr für die Helfer, Robertine. Und auch nicht mehr genug Zeit, bevor die Frist abläuft. Sieht so aus, als bekämen die Kinder ihre Schaukel doch nicht. Glaub mir, die magst du nicht. Ihm scheinen sie doch zu schmecken. Ja, das ist schön für ihn. Aber wir werden wohl leider kaum Leute finden, die so verrückt nach diesen abscheulichen Keksen sind wie er. Du hast recht. Uns Menschen schmecken diese Kekse bestimmt nicht. Und warum freust du dich dann so? Weil ich weiß, was wir mit diesen Keksen anfangen können, damit die Kinder ihre Schaukel kriegen. Tada! Ich habe anscheinend richtig Talent für Stepptanz. Ihr habt's geschafft! Die Kekse sind rechtzeitig fertig. Naja, es ist nicht so, wie du denkst. Wie? Was hat sie gesagt? Wie war das? Merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Ihr habt Hundekekse gebacken? Keine gewöhnlichen Hundekekse. Meine kleine Janie hier fand noch nie etwas so lecker. Ich wollte hier eigentlich Kekse für mich kaufen, aber wenn ich sehe, wie sehr sich Janie über diese Leckerli freut, gebe ich gerne Geld für sie aus. Wie ich immer sage, alles ist möglich, wenn ihr eure Fantasie einsetzt. Am Anfang gab's Probleme mit unserem Kekse-Buzzer, aber wir haben daraus einen riesen Erfolg gemacht. Wir haben genug Geld gesammelt und in der vorgesehenen Zeit. Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin rundum begeistert. Hi, ich bin Polly Pocket und das hier ist Polly Bill. Der beste Ort für den besten Tag aller Zeiten. Auf den ersten Blick wirkt alles vielleicht etwas langweilig, aber seht mal genauer hin. Hier gibt es viel zu entdecken. In keiner anderen Stadt geht ein schneller Besuch beim Friseur. So schnell! Ja, Polly Bill ist großartig, aber es wird jeden Tag großartiger. Zwei neue Mädchen sind hergekommen. Eine kommt aus der Großstadt und die andere kommt vom Land. Und beide werde ich genau jetzt treffen. Hi, ich bin Polly. Äh, hi, ich bin Leila. Und ich bin Lea. Äh, warum das Spruchband? Ja, wer organisiert denn eine Willkommen-zu-Hause-Party für zwei neue Mädchen? Ich! Polly Bill ist euer neues Zuhause. Und wie könnte man euch besser begrüßen als mit einer Party? Hey, nicht so schnell! Zuhause? Ich bin gerade erst angekommen. Entschuldigung, aber wer weiß, ob ich hier bleibe. Naja, Polly Bill sieht ganz nett aus, aber... Mir fehlen schon jetzt die Felder und Farmen, wie da, wo ich herkomme. Und mir die Skyline, die Wolkenkratzer, die Fünf-Sterne-Restaurants der Großstadt. Oh nein, bitte! Gebt Polly Bill eine Chance! Nirgends sonst könnt ihr den besten Tag aller Zeiten erleben. Ich werde es euch beweisen. Mit der besten Willkommens-Party aller Zeiten. Für euch beide. Ihr werdet sehen. Ach, ist das toll! Ja, wow! Aber bei dieser Party scheint etwas Wichtiges zu fehlen. Ich weiß nicht, wie er das hier macht, aber zu einer Party in der Großstadt gehören... Naja, Gäste. Oh, die sind längst eingeladen. Aber ich wollte, dass ihr die Ersten seid, damit ihr das Essen und die Musik aussuchen könnt. Ihr sollt euch hier möglichst schnell einleben. Und damit ihr euch wirklich in Polly Bill willkommen fühlt, feiern wir die beste Party aller Zeiten. Ich weiß nicht. Nun kommt schon. Okay. Wow! Ich muss auflegen! Zuerst das Essen! Ich kenne einen Diner, da gibt's einfach alles. Wir bestellen, was ihr haben wollt und dann geht's weiter. Äh, nein. Das mag ich nicht. War wohl nichts. Na gut. Wie wär's mit Truthahn? Mir fällt nichts mehr ein. Orientalischer Dip? Hey, Rick. Ich hab's. Pizza. Jeder mag doch Pizza. Super. Gut. Und was wollt ihr als Belag? Salami, bitte. Kein Fleisch, bitte. Ähm, Auberginen? Zu vegetarisch. Badellen, bitte. Ihh, zu fischig. Das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt. Okay, vergessen wir vorerst das Essen. Wollen wir die Musik aussuchen? Da werden wir uns bestimmt schnell einig. Ist doch klar, für eine richtige Party ist natürlich lauter Rackmusik. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man die Klänge der Natur hören möchte. Oh, zu leise. Stimmt nicht. Okay, vergessen wir vorerst das Essen und die Musik. Wir suchen jetzt etwas aus, das allen Spaß machen wird. Wie wär's mit einer Verwöhnt-Party? Oh ja. Na also. Ich liebe es, verwöhnt zu werden. Oh, nehmen wir uns Haarbürsten? Toll. Ich bürste dein Haar mit meiner und du dann meins mit deiner. Vergessen wir es. Meine Freundin Chrissy ist die begabteste Künstlerin in ganz Polyville. Wenn man eine kreative Lösung für ein Problem braucht, muss man sich an sie wenden. Vorausgesetzt, sie bemerkt einen überhaupt. Denn wenn Chrissy in ihrer Kunst vertieft ist, vergisst sie alles um sich herum. Dann muss man aktiv werden. Oh, hey Pally. Ich hab dich gar nicht reinkommen sehen. Ich arbeite gerade mit einem fantastischen neuen Material. So etwas hab ich noch nie gesehen. Und ich hab schon alles gesehen. Was soll das denn werden? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird es mein Meisterwerk. Oder doch nur mein Mittagessen. Mh, Kartoffelbrei. Oh, wie aufregend modern. Und biologisch abbaubar. Danke. Chrissy, wir brauchen deine Hilfe. Äh, ja? Okay. Hat dein kreativer Kopf eine Idee für eine krasse Party? Für Layla und Lea, die nie der gleichen Meinung sind? Ja, doch. Und was wäre das? Eine Kunstparty natürlich. Das ist eine tolle Idee. Dann lasst uns anfangen. Ich besorge Papier und ein paar Filzstifte. Und ich besorge Farbe und Kittel. Und ich frage meine Eltern, ob sie uns ein paar Kunstwerke aus ihrer Sammlung leihen. Und ein paar ihrer Künstlerfreunde lade ich zum Empfang ein. Und dann machen wir noch Limousinen für die Kritiker. Was? Meintest du nicht Kunstparty? Es tut mir leid, Polly. Aber wie es scheint, können wir beide uns auf absolut nichts einigen. Das ist das Erste aus deinem Mund, dem ich zustimme. Es ist nicht deine Schuld, Polly. Vielleicht ist Pollyville der falsche Ort für uns. Wartet. So schnell gebe ich nicht auf. Was sagt die Uhr? Huch? Nicht nur viel Zeit bis zur Party. Los, kommt. Meine Freundin Charly hat bestimmt eine Idee. Sie ist ein absolutes Genie. Schließlich hat sie einen Raketenantrieb für diesen Scooter konstruiert. Sie ist ja. Was? Lea und Leila, das ist Charly. Charly weiß eine technische Lösung für jedes Problem. Sie hat den EQ einer Hochbegabten. Stürzt dich, dass ich mit dir angebe? Nein, wieso? Ich kann es ja auch beweisen. Auf diesem Schaubild seht ihr die harten Fakten. Schon in Ordnung. Eigentlich brauchen wir deine Hilfe für ein Riesenproblem. Riesenproblem? Kein Problem. Hier drin findet sich mit Sicherheit die Lösung für jede eurer Schwierigkeiten. Was habt ihr für ein Problem? Ein astrologisches, biologisches oder mythologisches? Überlass die Lösung mir. Ich habe bestimmt das richtige Gadget dafür. Großartig. Ich will eine Party geben, die zwei Personen, die sich auf nichts einigen können, am Ende ganz wunderbar finden. Dafür habe ich wohl keine technische Lösung. Tut mir leid, Poli. Proton, Photon, Elektron. Damit kann ich helfen. Aber Partys? Ich glaube, eine Lösung für das Problem wird man nie erfinden. Schon in Ordnung, Charly. Ich weiß, irgendwo in Poliville muss es etwas geben, mit dem euer Willkommen absolut perfekt wird. Und wir werden es finden. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh nein. Das beste Willkommen aller Zeiten ist heute gar nicht mehr möglich. Deiner Tag ist zu Ende. Tut mir echt leid. Was tut dir leid? Ja, es war doch der beste Tag aller Zeiten. Ja, das finde ich auch. Wirklich? Das findet ihr? Ja. Ja. Wir haben alle kennengelernt. Und alles gesehen. Alles an einem Tag. Ich kann mir kein besseres Willkommen in Poliville vorstellen. Ich mir auch nicht. Morgen müssen wir unbedingt wieder den Salon besuchen. Unbedingt. Und dann den Wochenmarkt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also ihr bleibt? Alle beide? Na klar. Warum sollten wir Poliville verlassen? Poliville ist unglaublich. Wir fühlen uns schon wie zu Hause. Und das wegen dir, Polly. Ach, gut. Und nach dem Wochenmarkt besuchen wir am besten... Gut. Vielleicht war alles nur ein Zufall. Aber ich hab's hingekriegt. Das beste Willkommen aller Zeiten für alle beide. Danke nochmal, Polly. Für alles. Oh. Na dann. Gute Nacht. Oh. Ja, morgen ist ein großer Tag. Und wir sind geschafft. Ich auch. Und jetzt ab nach Hause. Für den tiefsten Schlummer aller Zeiten. Wir haben es verdient. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Ihr nen tollen Tag? Ach ja, die Party. Die hatte ich ganz vergessen. Ich auch. Und nach diesem tollen Willkommen für uns heute sind wir fix und fertig. Aber was ist mit der Willkommensparty? Da es schon so spät ist und wir unsere Augen kaum offen halten können, sehe ich nur eine einzige Möglichkeit. Wir machen daraus die beste Pijama-Party allerzeit. Oh, Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Ja, gute Idee. Warum findest du das denn auf einmal? Weil Polly uns einen Streich spielen will, wenn wir schlafen. Was meinst du damit? Das schaffst du nicht. Ich bin zu müde für diesen Quatsch. Deshalb lege ich mich jetzt hin. Aber an eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Polly ist nicht die Einzige hier, die es auf euch abgesehen hat. Was du alles mit meinen Haaren anstellen könntest, während ich schlafe. Ich lege mich auf keinen Fall als Erste hin. Ich schon. Bis morgen früh, dann. Ich bin todmüde. Am besten esse ich etwas, dann schlafe ich nicht ein. Ich werde tanzen. Das hält mich wach. Ich habe diesen Film schon tausendmal gesehen. Ich finde ihn so entspannend. Kalte Luft wird mich wach halten. Ups. Okay, so geht's auch. Oh, dieser Türrahmen ist ja so bequem. Nur einen Moment lang die Augen schließen. Ich kann nicht mehr. Gut, keine Streiche spielen. Abgemacht? Abgemacht. Guten Morgen, alle zusammen. Oh. Wer war denn das nur? Ich war lange vor euch wach. Das war die Gelegenheit. Unser heutiges Abenteuer? Laila und Chrissy werden heute Nachmittag von Kiyomi Schick interviewt. Der berühmtesten Modejournalistin überhaupt. Ich gehe schon. Überraschung. Kiyomi Schick? Ja. Chrissy, Laila, es ist für euch. Keine Zeit. Wir machen uns schick für... Kiyomi. Sie sind schon da? Oh, und ihr wollt mir gleich eure neue Modekollektion vorführen? Ja. Nur eine Sekunde, wir sind gleich so weit. Und wie läuft's? Laila sollte dafür sorgen, dass die neuen Kleider rechtzeitig geliefert werden. Ja, aber dann habe ich zu Chrissy gesagt, sie soll sich darum kümmern. Sehe ich das richtig? Keiner von euch beiden hat die Kleider besorgt? Ganz genau. Halb so schlimm, das kriegen wir schon hin. Okay, ich hab's. Regel Nummer eins in der Modewelt. Man muss sich was trauen. Hier bitte, euer neuer Look. Niemand, vergesst es. Wir brauchen Unterstützung. Oh, das ist nett. Ballettrock und gestiefeltes Kätzchen. Ist das ein neuer Schmusetier-Trend, den ich noch nicht kenne? Sie haben... Ähm... Noch nichts davon gehört? Miau. Also, ich hatte etwas anderes erwartet. Wir sind gerade in der Nähe. Also, ihr seid die Modedesignerin, die diesen neuen Look kreiert haben. Sieht nicht fantastisch aus? Ich habe schon viel gesehen, aber so etwas noch nie. Es ist so aufregend. Das wird eine großartige Story. Miau. Okay, ich bin beeindruckt. Also, wer möchte jetzt? Äh, Laila? Wer, ich? Oh, ich war doch schon... Mindestens schon zweimal. Du warst noch kein einziges Mal. Aber das Licht blendet so. Laila, stell dich nicht so an. Aber ich stelle mich nicht an. Na dann, hier hast du die Sicherheitsausrüstung. Aber ich... Ich habe gerade gegessen. Unser heutiges Abenteuer. Lailas faule Ausreden stoppen, damit sie endlich was erlebt. Das wird nichts, Polly. Ich bin total allergisch gegen Kletterwände. Hatschi! Das glaubt dir kein Mensch. Nein. Wie hoch bin ich denn schon? Na, zehn Zentimeter höher als bei deiner letzten Frage. Eine falsche Bewegung und ich werde da unten in der Tiefe zerschellen. Ich habe was im Gesicht. Es ist nur ein Schweißtropfen. Beim Schweiß zerläuft mein Lip los. Ich brauche Ventilation. Hättest du sonst noch einen Wunsch? Ja, ich möchte etwas trinken. Kommt sofort. Mehr Eis. Ich muss Lippenstift nachtragen. Ich trage dieses Outfit schon seit... Kann mir jemand ein neues besorgen? Boah, ich kann nicht mehr. Und ich kämpfe hier ums Überleben. Ich brauche unbedingt noch eine Portion Pommes. Mir schwinden die Kräfte. Okay. Auf drei fangt ihr an zu kitzeln. Das wird dich auflockern. Oh, endlich. Die Erde hat mich wieder. Ich könnte dich küssen. Aber das musst du schon selbst machen. Leute, wisst ihr das denn nicht? Ich reagiere total allergisch auf Fußböden. Von hier gelangen die Gelee-Bohnen in den Eiscreme-Bottich und dort entstehen... Hollys leckere Eis-Gelee-Kugeln. Und unser heutiges Abenteuer, Lea, irgendwie glücklich machen. Mein Collier, es ist weg. Kriegst du jetzt einen Kollaps? Äh, ein neuer Plan. Okay, Leila, wie sieht es aus? Oval, etwa so groß und knallrot. Hier ist das Collier. Aber ohne Ruby sieht der vielleicht so aus. Ach, du hast ihn gefunden. Nicht wirklich. Das ist nur eine Gelee-Bohne. Das bedeutet... Wir müssen die Gelee-Bohnen-Maschine abstellen. Suchen wir den Ruby. Aber wie finden wir ihn? Einfach nur leicht quetschen. Also, immer schön quetschen. Der Rubin ist nicht dabei. Was machen wir denn nun? Da, das könnte er sein. Wenn er im Eismixer landet, ist er für immer weg. Oh, mein Rubin! Sie schafft es nicht! Nein! Happy! Happy! Helft ihr mir mal? Hast du ihn? Meinst du, den? Yay, danke! Den hab ich mir aufgehoben. Mh, kästlich. Oh, hatte ich das nicht gesagt? Es ist ein Collier mit Süßigkeiten. Roter Rubin schmeckt mir am besten. Das Collier ist wieder da. Wer möchte Eiscreme? Oh, ich will es nicht! Vanderbücher? Poly! Poly! Vai ser o melhor dia de todos. Vai ter muita diversão. Porque quando estamos juntas. Cada dia é sempre o meio.